so leute hier bin ich wieder bei einem neuen video zu dragon ball 10.2 heute zeige ich euch wieder zwei charaktere und zwar am schuh also der sieht genau aus wie am schuh naja also und einen gohan und was die beiden können sehen uns natürlich jetzt sofort an so bevor ich das ganze natürlich jetzt richtig starte wenn euch das ganze gefällt und ihr natürlich mehr davon sehen wollt lasst doch gerne einen daumen nach oben da oder sogar vielleicht ein abo um wirklich gar nichts mehr zu verpassen würde mich auf jeden fall freuen und auch wir starten das ganze jetzt und ja auch sieht schon mal top aus kann ich leider nicht verwandeln was für eine geile combo ich verstehe diesen angriff nicht super wu tanz habe ich mir schon gedacht sein limmel brecher angriff gesteigert ok so den richter ok nur biegsame kam es ist halt der gohan aus den brownie movie also um aussehen also ich finde dieses outfit richtig cool noch nicht schlecht aber ich kann es natürlich verwandeln in den super seiten gut getroffen eine coole attacke dann gehen wir gleich noch zum zweiten gohan natürlich denn der hat im alltag machte damit das ist seine breche angriff gesteigert auch noch und er macht ja schon so schon genug der mensch los erholt ich machte damit gefällt mir und wir gehen natürlich mit den zweiten gohan gegen jams also ich mag ohren also diesen team gohan ist immer noch mein lieblings gohan ich weiß auch nicht ich finde ihn total cool und so was also als er sich gegen cell in den zweifachen super seien verwandelt hat oh ja gänsehaut ich freue mich schon wenn dragonball kakerot rauskommt und dann können wir auch super seien 2 gohan spielen oh das wird so cool auch heftig ich mag son gohan also kann special bin können und dann war das nicht normalerweise doppelt machen nochmal versuchen dann geht irgendwie nicht schade so ein letztes mal noch die vaters sohn kam ich hoffe ich habe das video gefallen wir sehen uns zum nächsten mal schon wieder rein und tschau tschau